gibt es bitte irgendwo und wo es müssen müssen um okay ist es okay vollkommen ist okay ich weiß es ja war auch ich möchte jetzt nichts verlieren irgendwie ich finde es blöd dass sie das überleben ich glaube ich sollte ein bisschen stärke es gehen oder so damals mehr der match ich habe so Angst irgendwas passiert doch jetzt gerade oder gleich oder irgendwie beides oder oh hallo mein Freund hallo na ah hier na Kollege Kollege Hasenfuß stirb ähm ich habe Angst oh my god what the fuck okay habe ich das gerade richtig verstanden die möchte Moos verkaufen warum sagt die sind gerade raus dass sie Gras hat ganz im ernst das muss man doch nicht verheimlichen wir sind doch alle volljährig oder oder kommt schon ich weiß es nicht alle volljährig sind aber tut wenigstens so mh also haben wir hier einen untoten drobendealer ist okay gegenstand kaufen blut oder moosklumpen blut oder moosklumpen verringert blutungszunahme mh oh verringert giftansammlung heilt vergiftungen okay giftiges wurfmesser okay mit oh lol jaucheküchlein toxifiziert gegner wirkt auch auf spieler mh 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 ich glaube das ist wirklich nur temporär das hält halt nicht ewig weil man hat ja auch noch dieses andere hier ich habe ja noch Goldharz glaube ich das gibt der Waffe Blitzschaden möglich zwei zeitweilig Kampf gegen Geister oh oh ich glaube das könnte ich gebrauchen weil hey gut zu wissen gut zu wissen weil es gibt so ein Gebiet da kommen irgendwie Geister und die kann man irgendwie nicht besiegen und ich denke mal mit dem Wanderfluch ist das möglich volles Harz Gift und Heimkämpf noch und die kann man ja kaufen lol für 500 Seelen Prismastein Wegismarkierung dient auch zur Höhenmessung lol man kann hier Menschlichkeit kaufen ok Lötterungsstein reduziert Fluchsteigerung hebt Flüche auf ja ich habe gehört dass hier irgendwie in den Tiefen soll ziemlich übler ja üble Scheiße abgehen mit Flüchen und so und Zeugs und da habe ich keine Bock drauf reden ja klar wir haben Wasser muss ok ok ja die hat definitiv ja die hat definitiv die hat definitiv nev genommen 100 pro Ich mein Ja, alle in die Stimme schon What the fuck Ähm Leute, ich möchte irgendeinen Speicherpunkt, bitte Irgendwo Irgendeinen kleinen, süßen Tollen Erotischen Speicherpunkt Bitte Komm schon Moment Moment, sehe ich das grad richtig? Ich glaub, ich weiß, wo wir sind Oh, wie nice ist das denn? Ich hab ne fettgeile Abkürzung grad geschaffen Oh, ist das gut Ist das gut Oh, wie gut Hallo, Red Die Red Das ist geil Vielleicht Wisst ihr grad, wo wir sind, ja? Wir sind nämlich hier oben Oh, hi Servus, na was geht? Alles klar? Oh, lol Tschüss Und Tschüss Hey, da können wir ja Nice, da können wir unten an das Lichtfeuer Das ist geil Das ist echt geil Ich muss immer nebenbei noch ein bisschen auf die Uhr gucken, weil ich nehm ja hier am Stück auf, ne? Und Muss mal schauen, dass ich nicht Dass ich immer mal ein bisschen gucke, ne? So Alles klar, das ist cool Hey, Typi mit, äh Mit einem Riesenschwert Wow Wow Okay, hi Terik Moin So Wir könnten ein bisschen aufsteigen, würde ich sagen Also, Stärke Ich guck mal ganz kurz, was die Attribute, wenn man die hochmacht, wirklich Auswirkungen haben Auf unsere Werte allgemein 134 Ha, ich glaube Ich hab das so langsam verstanden mit dem Drachenschwert Das Drachenschwert hat ja eine Stärke von 200, ne? Und Dieses 200 ist der Wert, der wirklich bleibt Andere Werte skalieren halt noch mit unserem Stärkewert Hm Das bedeutet, dass wir eventuell mit anderen Waffen mehr Schaden machen Wirklichkeit Intelligenz Das wäre halt geil, wenn man Wisst ihr was? Ich möchte mich nochmal Ja, ich möchte noch gar nicht mal wirklich aufleveln Ich möchte was schauen Weil das wird auch zukünftig fürs LP wichtig sein Wo warten das jetzt? Warten das jetzt? War das hier unten? Direkt? War das die Dame? Die auch Zauber verkauft? Reden Keine Antwort Sie kann nicht sprechen Das ist blöd Ne, die Das Die kann irgendwie nur die Flakons verstärken Die Istos Sorry Sorry, die Istos Ähm Hm Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich muss nochmal genau gucken Wo diese Magierin war Oder die uns halt ist Zirka Land Äh, ich muss hier beziehen Nein, ähm Bester Spieler, bester Spieler Mensch Komm mal her Hm, 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 hm Komm zu mir, little, äh, Fahrstuhl Lift Äh, des Todes Gut Hm Mal schauen Hier hinten war auch nix Na Oder? Gut, hier hinten, das haben wir ja Schon geholt gehabt, das Item Hallo Na Die machen nix Ruinen von Neulon Ja, das wissen wir ja schon Hier waren wir ja vorher schon mal Ne, hier unten war die, glaube ich, irgendwo Dichtig Irgendwo hier unten Hier, oder? Wenn man hier runter geht Ja, ich Genau Ja, hallo Hm Das war keine Frau Sorry Ich dachte, es war eine Frau Ich bin Ricki Ich war ein Smith Aber Schau mich jetzt Kannst du es glauben? Kannst du es glauben? Nein Was? Hast du... Oh, nein Nichts Es ist sicher hier Ich kann nicht mehr denken, zu gehen Hohler Da Although Ich muss es Nicht viel zu sehen Ich habe mir selbst Wie geht Ich kann deine Waffen Wir werden es mit einem eher minimalen Schmied zeigen. Ich zeige euch, was mir das beste ist. Aber es wäre schon geil, weil diese Seelenpfeile hat man als... Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Kläriger heißt oder nicht. Auf jeden Fall kann man mit einer Klasse anfangen. Die hat halt diese Seelenpfeile von Anfang an. Und ja, das wäre eigentlich ganz cool. Da hätten wir immerhin schon mal so einen Fernkampfangriff. Kostet halt aber auch seine 4000 Seelen. Ne, warte mal, das ist ja für den schweren Seelenpfeil. Insgesamt 6000. Insgesamt 6000. Dafür müsste man halt ein bisschen auf ein paar Level-Ups verzichten. Also ich glaube, ich kaufe mir erst mal... Warte mal, 10. Dann müsste man halt auf... Ne, Magie, ne? Ja, okay, es geht auf Magie. Ich kaufe mir das. Denke ich, ist okay. Brauche ich das Teil dafür? Und Zeck umschalten. Zaubererbeschleuniger, das Zauber... Der Winheim zum Zaubererbeschleuniger ausrüsten. Ach, wir brauchen das Teil, um zu zaubern. Okay, also... Wo? Ja, die sind... Nicht, 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 nicht... Äh, auch zu kaufen. Äh, wir brauchen das Teil, um zu zaubern, überhaupt. Die 510 haben wir auch noch. Ist okay. Haben wir noch 6900. Das würde ich dann aber wirklich schon... Ich muss mal ganz kurz gucken, wie es, äh... Mit der Robust... Boah! Das Schwert immer beim Leuchtfall wieder repariert? Keine Ahnung. Warte, guck mal. Das Tragenschwert habe ich die ganze Zeit jetzt benutzt. Das hat eine Robustheit von 321 von 360. Entweder nutze ich das übelst langsam ab... Oh, das repariert sich von selber, wieso? Ja, ähm... Wunderknete. Wie komme ich da so Wunderknete? Ich habe keine Ahnung. Ausrüstung reparieren. Hatte ich gerade gehabt. Ich bin ein Dödel. Wir könnten unsere Waffe verstärken. Aber nicht das Tragenschwert, denn dafür brauchen wir 10.000 Seelen und einen Drachenstein. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Aber die Gargüle-Achs können verkaufen. Ja, das kann man auch machen. Verkaufen die Gargüle-Achs. So, ist... Schön. Äh, nee, ich möchte die wirklich verstärken. Warum nicht? Und zwar nicht nur einmal. Wie können die... Zweimal? Gargüle-Achs 3. Hm, okay. Lass mal das mal so. Reden. Was ist denn? Gut, alles klar. Tschüss. Ähm... Ja, alles klar. Behalte schon in unserem Kopf. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ähm, ich möchte was schauen. Ich muss erst mal ein bisschen so auch allgemein noch mit dem ganzen Equipzeugen so klarkommen, weil... So richtig verstanden habe ich es noch nicht 100%. Also, Anzeige umschalten. Wie ist es? 111. Plus 23. Wieso plus 23? Hm. Höchstwahrscheinlich wegen... Hm. Ich weiß es nicht. Also steht ja Attributbonus D und C. Da unten. Also wenn es zum Beispiel jetzt A wäre oder so. Ich weiß nicht, ob A das höchste ist. Ich schätze mal schon. Dann würde es wahrscheinlich mehr Stärke geben. Oder... Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja. Was weiß ich. Gewicht 5. Das ist natürlich schwer. Das ist echt schwer. Warte mal, das Drachenschwert ist schwerer? Das ist hat Gewicht 6. Das ist heftig. Das ist echt schwer. Das ist 100. Es sieht so aus, als wenn der Drachenschwert noch ein bisschen mehr Schaden macht. Noch. Na gut. Ich würde sagen, wir halten uns jetzt nicht lange erst mal nicht länger damit auf. Und machen einfach erst mal weiter. Leveln uns ein bisschen auf und schauen uns dann einfach mal ein bisschen so unser neues Gebiet an. Wo wir hin müssen. Weil das ist, denke ich mal, erst mal spannender. Die ganzen anderen Sachen, die werde ich einfach mal ein bisschen nachlesen und so. Mich informieren. Wie ich an was komme und... Also solche Sachen meine ich halt. Also ich möchte mich jetzt von der Story her nicht spoilern. Ich möchte halt einfach nur... Nein. Was ist mit dem Hebel? Ich bin doof. Ich möchte halt einfach nur wissen, ähm... Ja. Weiß nicht. Wie ich halt jetzt an... Wie ich das mit der Magie mache. Also die ganzen allgemeinen Sachen. Halt einfach nur Verständnisfragen. So ein bisschen. Nachschauen. Damit wir halt nicht so ewig und dunkel tappen. Ganz einfach. Ist ja, denke ich mal, verständlich. Hallo, Taric. Wieso sage ich das jedes Mal? Zauberei einstimmen. Zu wenig Zauberei-Slots. Okay. Das ist auf jeden Fall jetzt neu. Ähm... So, Stärke wird man ja eins hoch machen. Resistenz braucht man... Nee, glaube ich nicht. Zauberei. Kammer 8. Intelligenz war es, ne? Jetzt hat man mit Intelligenz... Herr Zauberei macht, glaube ich, äh... Die Zauberei... Also die... Die Slots halt hoch. Also wie viel Zauber tragen kann. Richtig, so war das. Ne? Oder? Wollen wir mal? Legt die Anzahl der Zauberei aus. Das ist genau. Ähm... Naja, ich weiß nicht. Also ein bisschen Zauberei wäre schon geil, aber... Ich nutze es ja eigentlich wirklich nur... Also ich meine, jetzt Intelligenz meine ich. Intelligenz gibt ja mehr Stärke auf die Zauber. Hm... Aber ich... Möchte die wirklich nur nutzen, um halt ein bisschen Fernkampfzeugs zu haben. Mehr nicht. Jetzt nicht den Main-Dermisch so mitzumachen, sondern... Ja, ich weiß nicht. Konditionen... Das können wir wieder wieder gebrauchen. Ausdauer und so. Das ist mal halt... Nicht so schnell K.O. gehen. Ah... So viele Seelen haben wir jetzt nicht. Wir sind gerade mal Stufe 20. Hm... Naja. So... Ähm... Dann... Wollte ich noch irgendwas machen? Ja, wir können ja mal wegen dem Zauberei-Teil schauen. Geschleuniger des Zauberers. Waffe kann mit nicht genutzt werden. Warum nicht? Warum nicht? Moment. Moment. Warum kann ich das Teil nicht... Ich brauche... Äh... Ich brauche 10 Intelligenz. Das ist ein Witz jetzt. Ist das ein Witz jetzt? Ich meine, wir starten halt wieder genau in demselben Leuchtfeuer. Mensch, ist das... Ja... Wow. So eine Abwechslung, oder? Aber naja. Ähm... Das war's erst mal.